Hallo zusammen und schön, dass ihr zu einem Video von mir eingeschaltet habt. In diesem Video zeige ich euch drei verschiedene Frisuren, die ihr bestenfalls ganz, ganz easy zu Hause nachmachen könnt und zeige euch das Ganze natürlich Schritt für Schritt. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist eine Haarbürste, ein Stielkamm und eben auch ein paar Haargummis. Ich würde sagen, ich starte direkt auch schon mit der ersten Frisur. Die erste Frisur sind zwei dänische Flechtzöpfe, aber relativ nah am Ansatz entlang geflochten. Dann nehme ich mir eine große Partie und teile sie in drei Partien auf und fange an, die äußere Strähne unter die mittlere Strähne unten drunter zu legen. Und genau das Gleiche mache ich ein zweites Mal, das habe ich irgendwo auf TikTok gesehen. Normalerweise nehme ich schon direkt beim ersten Durchlauf Strähnen mit dazu und hier mache ich das Ganze dann erst im zweiten Durchlauf. Für mich war das Schwierigste eigentlich beim Flechten bzw. als ich es gelernt habe, von hinten eine Strähne dazu zu holen. Da braucht ihr wirklich ein bisschen Geduld und müsst ein bisschen üben und schaut auch immer, dass eure Hände oberhalb eures Kopfes platziert sind. Nicht irgendwie hängend nach unten neben dem Ohr, sondern wirklich, dass ihr die Hände oben habt. Und vor allem, wenn ihr Anfänger seid, kann es euch auch helfen, die Partie der Haare einfach nach hinten über die Schulter zu werfen. Da könnt ihr euch wirklich gut aufs Flechten konzentrieren. Ich mache das ganz konstant weiter, indem ich von außen irgendwie neue Strähnen dazu hole und dann immer wieder die äußere Strähne unter die mittlere Strähne unten drunter lege. Und dann flechte ich den Zopf bis nach ganz unten bzw. fast bis nach ganz unten. Und dann befestige ich das Ganze mit einem Haargummi. Wichtig ist, dass ihr den Haargummi nicht zu fest platziert, weil dann besteht das Risiko, dass ihr die Haare nicht mehr oder die Strähnen nicht mehr so gut aufziehen könnt. Das sieht dann immer einfach nochmal besser aus. Genau, auf der anderen Seite mache ich genau das Gleiche. Ich fange an zu flechten, indem ich die äußeren Strähnen unter die mittlere Strähne unten drunter lege und nehme dann im nächsten Step auf jeder Seite neue Strähnen mit rein und da wieder darauf achten, dass die Hände oberhalb des Kopfes platziert sind. Und wenn ihr euch leichter tut, dann die verbleibenden Haare einfach hinten über die Schulter werfen und dann habt ihr die Haare nicht vorne so hängen und tut euch eventuell einfach ein bisschen leichter. Achtet wirklich beim Flechten, wie gesagt, immer darauf, dass die Hände oberhalb eures Kopfes platziert sind und nicht einfach an der Seite runterhängen, weil sie irgendwann schwer werden. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, meine Arme werden auch nach einer gewissen Zeit schwer, aber es ist so reine Übungssache und auch Gewohnheit und dann kriegt man das auch wirklich gut hin. Und hinten achtet wirklich darauf, dass ihr alle Strähnen mitnehmt, die noch da sind. Da kann ein Spiegel helfen, den ihr hinten platziert habt, weil das macht die Frisur natürlich auch besonders schön, wenn das Ganze einfach schön sauber auch geflochten ist. Hinten mache ich das ganz genauso. Ich nehme außen jeweils eine neue Strähne mit dazu in die Partie und dann lege ich die äußere Strähne unter die mittlere Strähne unten drunter und flechte das Ganze möglichst bis ganz nach unten. Ich fange dann an, die verschiedenen Strähnen schön aufzuziehen, damit der Zopf einfach ein richtig schönes Volumen bekommt. Vorne könnt ihr euch nochmal ein, zwei Strähnen rausnehmen, um das Gesicht ein bisschen zu rahmen und auch die oberen Partien nochmal schön aufzuziehen. Das lässt die Flechtzöpfe einfach so richtig schön voluminös und auch richtig voll aussehen. Ich habe oben leider nicht so wahnsinnig viele Haare. Wenn ihr mehr Haare habt wie ich, dann sieht es nochmal schöner und voller auch aus. Und ich ziehe es weitmöglichst auf einfach. Ja und schon fertig sind die Boxer Brays, die super cool aussehen und ich würde sagen, ich starte direkt mit der zweiten Frisur. Die zweite Frisur ist auch ein Flechtzopf. Dann nehme ich mir eine große Partie und teile diese in drei Partien auf und dann fange ich an, die äußere Strähne unter die mittlere Strähne unten drunter zu legen und nehme dann im nächsten Step auf jeder Seite neue Strähnen mit rein und gucke einfach, dass die Partien ungefähr gleich groß sind, die ich da mit reinnehme, damit der Zopf einfach auch eine gleichmäßige Struktur bekommt. Ich befestige den Zopf dann mit einem durchsichtigen elastischen Haargummi, nehme mir von vorne eine Partie, die ich etwas eindrehe und halte sie dann kurz fest und dann mache ich auf der anderen Seite genau das Gleiche, drehe da eine Strähne ein und dann nehme ich mir eine richtig schöne Klammer, um das Ganze zusammen zu befestigen, ziehe das Ganze an der einen oder anderen Stelle auch nochmal schön auf, damit es auch etwas Volumen bekommt und einfach etwas voller aussieht und damit habt ihr schon echt eine super easy Frisur, die ihr so schnell hinbekommt. Also die habt ihr echt in ein paar Minuten gemacht und es sieht einfach immer gut aus. Vorne könnt ihr euch noch ein bisschen die Strähnen zurecht zupfen und schon fertig ist die Frisur. Als nächstes zeige ich euch eine meiner absoluten Lieblingsfrisuren aktuell. Dafür nehme ich mir auch wieder eine große Partie und teile diese Partie in drei Strähnen auf und fange an, das Ganze zu flechten, eben auch dänisch zu flechten, indem ich einfach die äußeren Strähnen unter die mittlere Strähne unten drunter lege und parallel nehme ich mir da jedes Mal auch neue Haare mit rein. Aber wir sind nicht weg, aber wir sind nicht weg, Break nach Break, each piece of my heart. Lovers have come and lovers have gone, aber du fühlst dich immer gleich, wenn die ganze Welt fühlt sich wrong. Den Zopf ziehe ich auch nochmal so richtig schön auf, damit er ein richtig schönes Volumen bekommt. Das gehört auch zum Style der Frisur. Ich finde, dass dänische Zöpfe generell immer besser aussehen, wenn sie so richtig schön aufgezogen sind. Ich befestige den Zopf dann mit einem durchsichtigen, elastischen Haargummi, habe ihn fast bis nach ganz unten geflochten und hinten fange ich dann an, die verbleibenden Haare in zwei Partien einfach nach unten zu kordeln und drehe das Ganze dann in drehenden Bewegungen nach oben und drehe das Ganze zu einem Dutt ein. Und das Schöne ist, dass der Dutt so eine super schöne Struktur einfach auch bekommt durch dieses Kordeln. Nehme mir dann einfach ein paar Haarklammern, um das Ganze erstmal zu befestigen. Nehmt euch ruhig so viele Haarklammern, wie ihr braucht und schaut einfach, dass ihr die unter dem Dutt so ein bisschen versteckt und so richtig nach unten schiebt, dass sie eben nicht gut sichtbar sind. Und dann kann man das Ganze nochmal schön aufziehen an allen Ecken und Enden, sage ich jetzt mal. Und dann hat der Dutt so eine richtig schöne Struktur. Ich finde, dass er aussieht wie so eine kleine Rose und das gefällt mir super, super gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem Video und es hat euch gefallen. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Denkt also unbedingt dran, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos wieder. Ich freue mich drauf und verabschiede mich von euch und sage bis bald. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall.